Gucken wir, wie ich gesagt habe. Und viel Spaß dabei jetzt ein Paar zu benutzen. Baba! Sparte auf ein Auto! Boah, das ist so eine ekelhafte Q. Auto offen warten. Guck mal, Alexander! Ach, der war letzte Runde auch schon im Kampf. Ich mach's mir einfacher. Spawnst du auf? Theom auf der APC. Egal, was ist das für ein Noob? Gut. Hey, wenn du keine Ahnung hast, bist du blöd. Warum bist du überhaupt da reingespawnt? Wir brauchen dich im Angriff. Theo ist es nicht so der harte Angreifer. Aufhack, Aua! Nicht so der harte Angreifer. Wie ist ja bei mir. Ey, darf ich dich auch machen? Alles klar. Danke. Wie viel Panzer haben die denn? Eins, zwei, drei, vier... Ah ja, ich hol mal Panzerschreck raus, ne? Und komm mal bei dir rein. Ich predikte, ihr bekommt die. Ja. Ja. Adi, hast du Heilung? Äh, du lebst gar nicht mehr. Genau. Ich bin schon längst nicht mehr am Leben. Ach komm, du dumme Lackfahrt sind, denn da wichst du trinkst einen Kämpfee. Ja. Genau. Danke, Ledo. Ja, über die dann, wenn zwei... Ich hab schon gedacht, wir haben den jetzt irgendwie verloren, dass der ausgetoppt ist. Das ist komplett Overkill und wir hier machen, ne? Aber was haben die denn noch für Lions? Okay, den. Ja, die haben halt wieder nur Panzerfahrer, ne? Uh, mal jemand, der das kapiert hat, das in Epic ist. Ja, das war's. Ich hab da ein Zutaten, ich hab da eine Brille zurück. Ich hab da einen Schocken. Ich hab da einen Schocken, ich hab da einen Schocken. Ich hab da einen Schocken. Ich hab hier einen Schocken. Au, sieben Typen drin? So, jetzt beschieß es Paraport. Der Wollte noch was? Hier, getroffen. Und? Andere Braten. Wahrscheinlich, da keiner mehr drin ist. Panzer kommt. Das muss ich erstmal. Ich hab gerade noch. Baderanne. Ja. Ist tot. Oh, die Paras sind in O1 dann. Ja, ich höre mir gerade ne 8 Minuten, neun Minuten die dann. Theo, mit was levelet man nochmal H32, Explosive oder Panzer Zerstörung? Panzer Zerstörung. Mein Panzerschrecktypen hat nicht mehr Explosive gefroren. Also 1. Meiner irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Ich habe ja schon mal eh nicht damit weggeballert, aber er erzählt immer. Hitman? Nein. Wenn du im Peger bist, gehst du die drei bin ich dann nicht. Gut, du bist im Peger. Ich bin im Peger. Ja, he 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 he. Von der Oberbürgerung, du bist ja der Verteidiger. Mal, da kommt ein Panzer auf euch zu, oder? Eher eindeutig nicht so. Okay, ein Panzer. Oh nein. Ja, ich habe den Panzerschreckt, ich komme wieder zu. Badewanne. Mein Leben tut Spaß machen. Und noch ne Badewanne. Ah stimmt. Wo ist denn der? Der wo es man kippt? Ja. In Richtung D-Land kommt das Versuch. Das sieht man wohl. Für alle die rüberfahren wollen. Und noch ne Tank, und noch ne Tank. Ich wollte grad abschießen, spiel. Kann halt nicht. Kann die Yone machen. Soll ich Yone machen? Ich scroll mal. Ich scroll mal. Ich scroll mal bitte bei der D-Line jetzt. Bei der D-Line ja. Bei der D-Line ja. Bann einmal die Suda weg. Ja. Und noch ein Tank und der ABC. Und noch ein Tank und der ABC. Ja. Bloß in meinem Punkt hier O1 ist noch ein Panzer drin. Ja, den BT-7. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich schieß drüber. Oh mein Gott. Äh. Nen DB-T7 auf O1. Nen Guts an O1. Ja, ich brauch wieder Munition. Panzer bei O1. Mein Gott. Nein. Die 10 Tanks um mich rum. Hä? Da ist ein A. Okay, ABC ist weg. Der Komplett Overkill. Da kommt, da wo die Su steht, steht ein T-26. Aber der hat schon ein Hit von mir gefressen. Ich brauch halt erst wieder Munition. Geht einmal bitte. Opfer dich mal und mir schreckt rein. Und wieder Anti-Tank. Und auch der Baderwaner und die 6.20 Meter anguckt, wie der Vortbörsen. Ne Flagg. Die Flagg aus dem Opel und hat mich geholt. Die Strasse aus. Die Stadt in unserem Sportland. Ja, au. Freilugund vorwegteilen. Ja, hau raus. Ja, hau raus. Ja, hau raus. Ja, wie geht das? Ja, wie geht das? Soll ich jodeln? Soll ich jodeln? Soll ich machen? Soll ich machen? Oh, nein. Und noch ein Tank. Wo ist Panzersgeburt? Ja, vor mir steht auch noch einer. Ach, der guckt hier auf mich. Verliert nur. Verliert nur. Ja, wir sind ja da. Hab den einen Panzer. Und noch ein Tank. Und noch ein Tank. Cool. Das ist so ein Aura. Und ein ABC. Der fährt ja zu dir, Fred. Und noch ein Tank. Und noch ein Tank. Und ein APC. Ja, dann können die mal damit aufhören. Ich guck mal, ob ich den einkriege, weil der kommt raus. Ja, ruf, da. Aber auch Dragonlord. Das ist so eine Hurensohn. Ich hoffe, der Lodaf hat sich da jetzt. Ja. AWP Dragonlord. Woa. Dann lockst du es bitte nicht mehr. Da ist ein Panzer. Echt? Ja. Jetzt meinen wir halt immer noch. Ja. Ja. Neisenpunter. Von ABC. Wenn die Stadtautobahn immer schwärmt. Kommt der Verkehrsinsperter Hittmann und sagt. Ja, aber mit Haaren ist da Wasser. All right, das sind so viele Tanks. Ja. Wenn der Autobahn voll mit Stau ist wegen Umläutung. Oh, hinter dir ist ein Guts. Ich muss aufpassen. Oh, fuck. Hab ihn. Soll ich einen Push machen? Nö. Und noch ein Tank. Dann schreibst du meinen Krampf. Ich möchte lieber Punch haben anstatt Putsch. Hallo, wie wär's, wenn du mich einschränktest? Alter, was ist das für eine Missgeburt? Haha, daneben. Ich wollte ihn extra nicht treffen. Bis er ist tot, weil... Ich hoffe, du verreckst an deiner Heilung. D-d-d-d-d. Ich bin aber für 6 Tanks. Ich kann nichts fertig machen. Der ist vor uns, der Gegner. Ja, vor uns. Ja, geil, weg. Sorry, ich muss mich erwarten. Nee, das ist noch gar nichts. Wieso auch immer. Der schießt irgendwie. Warte, ich spawner da. Du hast einen Schreck hoffentlich. Ja. Jetzt schnell. Da steht ein BT-7. Irgendwie. Ja, da kommt ein... Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Ja. Alter. Ah, warte mal. Unfassbar viele, die da sind. Wenn man hier jetzt mal einen Mörder trinkt. Ich geh mal hau... Ich geh mal rausgucken, da war irgendwas da. Und, äh, von rechts... Und, äh... Das war jetzt nicht. Ähm, vor mir, Hitman. Oh Gott, der steht direkt vor mir, der Panzer. Ja, noch kaputt. Das ist so ne Tankarmare da. Oh mein Gott, der ist noch kaputt. Ist da noch einer? Natürlich, die PBD ist so ne dumme Wichs. Da ist noch eine Badewanne da, der eine Panzer ist weg. Der andere Panzer ist weg. Der kommt, sechs Leute. Der Panzer ist weg. Ja, mit der... Mit der Bazooka kennt sich die Brücke ab. Nimm dir vielleicht so, ich mach mal kurz. Wie ist überhaupt... Da kommen ungefähr... Na, vier Tanks kommen wir übrigens über die Hauptstraße an. Leck mich. Wie war die No-Pony? Sniper aufm Berg, mein Gott, nein. Wenn da ist Panzer steht, kann ich nichts dagegen tun. Ich hab jetzt, äh, nicht in China zu fahren. Ja, danke. Danke, da haben wir meine Entscheidung zum Fängniswert. Der siekule muss bis auf. Ja, 2-4, endlich mal. Perfekt. Hauptaus. Ja. Ja, hab ich. Der da draußen stand? Ja. Der letzte Hauptaus oben. Ne, 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 ne. Da ist noch Panzerfahrer. Panzerfahrer? Ers aft. Ein Pimpelpanzer. Jo, oh Gott, das ist ein solches Leiper, ey. Der letzte Hauptausort. noch ein mit mir doch das gar nicht besser einfach durch ich bin ich will ja eh empfehlen mal zu verteidigen es ist nicht verliebt ich könnte schon ganz helfen ich werde von 6 1 aber wirklich der Panzerfahrer mit der BBD läuft was auch die ersten zwei mal getötet Alte, das ist ein der andere Oh, ein Teamkill Oh mein Gott Ich lauf mal über die Millenniumbrücke, kommt man hier rüber? Weil hoffentlich Wahrscheinlich kommt wieder gleich dieser AWP Drangular Typ Ehh, einer kommt aus dem Spawn Habe ich Hallo Es fahren jetzt wieder eine Welle vom Panzer herrüber Ja, ich habe keinen Panzer Natürlich, es hat jemand neben uns, das Baum etwas Luca gelegen hat, immer bemerkt Aber hier auch ist Baukampf, ja, ist schon schwer Der Team lag davor Also, wer jetzt Minenlevel möchte, klappt jetzt perfekte Wege Achtung, hier schießt der Sniper rein Hitmen, wir sind doch nicht so bei sich drum und das nicht zu wissen Ja Ich warte, ja, der schießt wieder Er hat so einen richtig geilen Sniper, er macht nicht nur mich Wunsch, wenn ich hab keine Hemis Wieso ist hier Enduring Enemy Deploy so? Ähh, ich renne die Richtung A, dann kommt der rein Ja Der Typ mit dem, mit seiner One-Shot-Sniper hat mich wieder Ach du bist der Typ, der hier nur den Lauf drin hat Nein Ne, ich habe es ja nicht schon gestern gespielt, wenn du meine Sachen aufgenommen hast Wenn du Tab drückst, dann siehst du auch warum Ich bin in Level 5 glaube ich Okay, ich krieg hier schon einen Völgemonitor, aber hätte ich ein bisschen mehr und ähh APC hier, APC am Wasser Ich bin schon auf der falschen Seite Ich unlock das, ich unlock das Ja Och, geirrt Okay, Staatsfahrt Nummer 1 Hab da gehört, ich bin der Beste, ja Ja, du bist Staatsfahrt Nummer 1 Ähh, ich esse zwei Sekunden mal irgendwo in der Gegend rum und dann Ah, wir könnten ja eigentlich... APC ist geknackt Ja, nein, wir schießen alle hin Kommt da ein Panzer Da haben wir im Spielwagen mit Ammo ähh Zerstört worden von dem Typ mit Besuch haben Spawn, muss ich jetzt... Mir Ammo wiederholen Hast du es noch bekommen mit mit? Ja, ich habe das geknackt Na gut Aber... das APC hat überlebt, aber ich sterbe Der hat halt dich Ähh, da kommt... Nein, ich stand dahinter Er schießt auf APC Es explodiert nicht, aber ich sterbe Oh, scheiße Er kam mit HE nicht rumherum Ich hab keine Munition mehr Ich hab schon wieder alle 4 Schuss verballert Ganz ehrlich, hier lobe ich mir bei keinen Schreckschuss Du brauchst hier so viel Ja, allerdings sind es einfach trotzdem zu viel Panzer Ja, ja Damit es sich Montiger wird zu machen Da bringt die ja nichts Ah, guck mal hier bei mir Da steht schon wieder 3 Panzer auf einem Haufen Äh, das ist... Oh, Mann Ne, okay, da sind 5 6 Panzer auf einem Haufen Ähm Ich könnte mal was ausprobieren Die hier mit Ketten, krass Ja Alter, die Ketten sind doch nicht Da sind so viele, da sind so viele Ich probier jetzt mal meinen Typ mit Pümmelpistole Ich fahr mal außen rum Das bringt nichts Du kannst ja probieren Du kommst da nicht... Naja, du könntest höchstens von der B-Line anfahren Ja, mein ich ja Aber... Ja, kannst mal probieren Aber ich bin schon zurückgespawnt Ich probier was anderes raus Warte doch einfach mal über die Stahlbrücke bei auch Also bei deren auch Das überlebt man glaub ich nicht Soll ich dich mitnehmen irgendwo hin? Ne, ne, überlebt man nicht Okay, ja, da ist ein bisschen Hey, soll ich dich mitnehmen irgendwo hin? Ne Ich bin Eis unterwegs Boah, der Leute, der Typ mit den Nails einfach Lass sie jetzt schon Mehr Nails als... Verstand Die Nails hat mich durch den Wagen gedötet BBD-Type und Mark zwei Granaten Ist...pfff... Lächerlich Und kommt wieder drei Tanks aus dem Punkt Ist es... Ah... Süß Kann ich durch den Spawn durchlaufen? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht Leute, der hat mich nicht gesehen, der hat mich ignoriert Die Chippen die hier ATs haben, wir freuen über IP Als ob... Warum? Mit ner Bazooka Und Osrik, oder? Haha, zwei Panzer sind down! Easy! Ich bin grad tot Ah fuck Soll ich zur U gehen? Ja auch Okay Wenn ihr beide das macht Ah, passt Spawn mal ins APC rein Ja, wir haben ja zwei Weil... Weil geil alle Zwei Tüter APC Wahrscheinlich vom selben Typen Aber... Alter... Weiß ich... Ich wollte... Da standen gerade drei Panzer vor mir H3, 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 H3 Und dann kommt einer mit ner One-Shot-Slapper Und tutet mich Und tutet mich Nur Haupt-Haus-Entscheid Wo denn? Ich hab's nur gehört, keiner Oh fuck, die Granate kommt zurück Oh mein, das ist ja noch Oh mein, das ist ja noch Wir sind hier alle unten im Raum, alle unten im Raum Alter, wirst du wie... Ich wollt grad sagen, wirst du wie geil das grad ist Jetzt haben wir Free Sniper, yeah Sorry Undi Ich wollt ihr noch sagen Da ist liegt ne Granate Ähm... Ja Ich hab doch einen Nein, ich spawn wieder meinen mit Massiv H3 und so Probier die dann zu pümmeln Aber was ich eigentlich sagen wollte Oh mein Gott Es sah toll aus wie die da einen Turm gebracht haben Und die Ecke an sich geheilt haben Du musst doch alle während der Spawn laufen Ich fand's aber cool Das war lustig, ja Ich schmeiß die Granate ein, der eine läuft auf mich zu Beide sind tot, die Granate explodiert und wir sterben Ähm, ja Gut Ich lebe noch Ich lebte noch Weil ja natürlich bei A3 Das ist so abnormal Es ist so abnormal Drei Tanks, wenn man in die Brücke gehen muss Richtung Arlen kam wieder einer rein Vier Tanks, fünf Tanks, sechs Tanks stehen da Wo denn? Ja, bei der Heilung, ne Ja Oh, was? Einfach krank, wie viel Panzerfacher die haben Vorne Richtung Go 1 kam einer rein Würden die nicht so hart campen, ne Oh mein Gott Dann hätten wir schon Angst gewonnen Ja, richtig Arlen, ne Das ist cool Ja, genau, mhm Du hörst mich nicht Drehst dich um und drückst mir einen Insta- äh 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 Quickshot rein mit deiner Dragon Lore Ist klar Ist klar Ist klar Ist klar Das kannst du mir nicht erzählen, Alter Ängste, oder? Das ist einfach nur wieder unlogisch Neues Steht da ein Fahrrad, da steht natürlich kein Fahrrad Doch, da steht ein Fahrrad Aber bei der D-Brücke ist nur einer Ey, oh mein Ach Diese Logik Ich stehe In dem Zwischenraum zwischen äh Haupthaus und äh Schuppen Und da schießen einfach so richtig senkrecht Schüsse dazwischen Da frage ich mich, wie kann da ein Schuss lang gehen? H&G, da schaffst du alles Und einer bei E3 Ich erinnere mich grad mal so an die alte Merkleinste Da ist man ja teilweise bei U1 gespawnt Die Straße dahinter lang gefahren in Richtung A-Line Dann über die Brücke zum anderen U-Punkt Also nicht über die Brücke, also ganz weit hinten über die A-Line Oh, Merkes kommt jetzt auch Gute alte Zeiten Ja, die hast du schon Style, die Merkleinste Ja, und dieser tolle Weg mit den 1 Milliarde Panzern Der da immer war Wenn du von D3 zu U2 gefahren wirst Mit dem tollen Alternativ-Spawn Der gute Zeit wird What the fuck, Reno? Kannst du nicht erklären, was das war? Jaa, natürlich Ist so ein Lacker Er schießt auf meine H3 und löst damit meine H3 aus So ein Lacker Obwohl ich eigentlich direkt vor der H3 stehe, aber er schafft es nicht Weil das Ding ja nach außen explodiert hat Ist ja der Sinn da Dann pappst du ran Dann geht's nach außen hoch, damit der Panzer keinen Schaden bekommt Ich stehe sogar vor der H3, aber er schafft es trotzdem mich zu töten Das sind halt auch die übelsten Camperinos Ja klar, sonst hätten wir es schon 8 mal gewonnen Soll ich schon 50 Tanks so ungefähr weg? Jaa, guck mal 15, 6, 8, 13, 4, 3, 4, 5, 3, 1, 4, 2 Theo zu viel, fährt einer? Also Ihr habt schon fast 30 und dann unsere paar, da sind noch 50 Warte, was, ey? Der Tankfahrer, der Tankfahrer mit dem B14 klappt Hm, der steht hier immer noch, liegt immer noch auf Kaffung Warum bade ich hier bei meiner Hilfe nicht fragt, ne? Jaa, BT7 kommt mal A rein Und die Tank, das wäre jetzt schon richtig geil gewesen, ne? Ja, gut Oh, nur den Rising, why? Oh, der hat hier die Panzer getriggert, jetzt gucken die alle in Richtung B line Und ich bin da von Sneaky Beaky gekommen Er geht ja jetzt nicht, oder? Du sagst doch ruhig, aber ich hier nicht, oder? Nö Wow! Oh mein Gott! Ja, geht vergewaltigt, Alter Oh, steckt aus, Rolle Bär, wiens, da hätt er PPS 3E ist für die 4 Wagt mein Leben Papa So, das ist gut, ich brauche noch ein Panzer stecken Freddy, hast du Heilung? Nein, hier sind wir bei einer Atom Geht doch gar nicht, dass er hat weiß Bei mir ist ein Panzer Echt? Ich kann den Panzer wegmachen, wenn du mich Impact Angle Tribe an den BDSU, okay Mein Problem ist nicht der Panzer, sondern der Infantrist beim Panzer Der eine Panzer guckt raus bei dir Ja, bei mir ist er auch ein Infantrist mit seiner scheiß TPD Und ich hab natürlich nur noch einen Panzerfaustschuss Bist du tot? Hitman! Hast du Anti-Tank? Ja, aber ich brauche mal Ja, warte, warte, warte Wohin Wohin ich brauche mal eine Kettenkraftwerke D-Line Ja, jetzt ist der Panzer vorausgestiegen Wow Wobei, das war so ein Kriegkranten AP-Zero Ja, das war schon da rein Warte lieber auf den O-Punkt oder auf ihn Ah, wir haben den O-Punkt Ich warte auf den O-Punkt, okay Ja, O-Punkt, dann gehe ich auch mal O-Punkt Wenn wir dann tot sind, warten wir bis er seine AP-Zeroin hat und dann Blitzkrieg Ja, ne, dann warte ich direkt Ernsthaft? Ja, Freddy muss gerade der spawnen Naja Er hat zwei Gegner eh's Wo auch immer unser One-Shot-APC entfährt Bleib ihm mal bitte, dass wir im Spawn-Menü warten bis er in Position ist Was? Bleib ihm bitte, dass wir im Spawn-Menü warten bis er in Position ist mit seinem AP-Zeroin Ja, brem ich um Panzer Ah, was macht der denn? Der fährt ganz außen rum Ja, muss er eh Also, okay, er fährt gerade bei A1, das ist ein bisschen übertrieben Ja genau, sag ich ja, der fährt ganz außen rum Er hätte im Wald hinterm Berg hinter A3 fahren können und dann drüber Ja, jetzt ist er auch stehen geblieben Ha, okay Das kann man auch unterm Fahren schreiben Wobei! Das andere AP-Zeroin ist scheiße Ne, jetzt ist ein One-Shot Da würde ich nicht rein spawnen Ja, das ist ein gutes, hätte ich es überlegt, aber so, ne Ich überleg nur, was soll ich raus, Panzerschreck oder soll ich lieber... Ja, muss ja Hitman, solange du noch lebst, könntest du vielleicht zu U1 gehen für den Fall der Völler Weil da ist gerade keiner, da ist doch einer, oh boy Weil das ist unser 15.66 in Reine Mhm Hast du gehört? Oh nein, Kill-Trade Oder so Hier, tut mir das aber gar nicht abließe Na gut, Hitman, angenommen wir würden U1 jetzt wieder fast verlieren Oder zumindest er geht an da rein, dann spawnst du da Äh, otherwise gehst du mit uns AP-Zeroin Ja, ich glaube, ich spawn da jetzt rein Ja, ich würd noch warten Ich würd warten, bis er noch vor ist, nicht, dass du jetzt rein spawnst und dann ripp Das wird bei mir sowieso sein Ja, natürlich hinter der Wand, dankeschön Wo sind die ganzen Panzer? Voll oben, ist jetzt heim Okay Ah, die haben AP-Zeroin sogar da Es ist nur einer da Ja Da spieken, da spieken We call him it Ja Ganz zu euch Wow, das ist ein Ding im Mist Ja Noch ein, Mobel zu euch Ja, alles klar, Huni Danke für den Call, der hat mich zwar zum Kopf genommen Aber wenn wir reinfahren, dann nehm ich sowieso einen anderen Soll ich auch Ja analytic, dass ich mit nem Entfernen kann ja ich habe Ja